Und Innenministerin Johanna Mikl-Leitner ist jetzt bei uns im ZIP2-Studio zu Gast. Guten Abend. Guten Abend. Frau Ministerin, wir haben es gehört, die Kollegen der Polizei sagen, sie stoßen an ihre Grenzen, sowohl physisch als auch psychisch. Dieser Hilferuf gilt natürlich Ihnen, der zuständigen Ministerin. Was werden Sie denn tun, um die Beamten zu entlasten? Ja, die Polizistinnen und Polizisten, als auch das gesamte Team des Innenministeriums, arbeitet weit über den Normalmodus hinaus und leisten schier Unmögliches derzeit. Und deswegen braucht es hier auch mehr Personal, um die Polizei zu entlasten. Und ich werde das auch am Dienstag in der ersten Taskforce vorbringen, dass es hier mehr Personal braucht. Wir haben heute von Beamten gehört, sie brauchen in etwa pro Flüchtling ein bis eineinhalb Stunden, um ihn erst zu versorgen, um es aufzunehmen, woher er kommt und ihn dann in ein Erstaufnahmezentrum oder woanders hin zu transportieren. Also in etwa eineinhalb Stunden pro Flüchtling. Allein in Niederösterreich sind im August, also in den vergangenen drei Wochen, 1500 Flüchtlinge aufgenommen worden, aufgegriffen worden. Das kann man sich also ausrechnen in etwa 2000 Arbeitsstunden. Wie viele Beamte brauchen Sie denn mehr und wie viele werden Sie bekommen? Ja, tagtäglich kommen 300 bis 400 Flüchtlinge und die müssen natürlich auch bearbeitet werden. Das heißt, die Einvernahme, der Fingerprint und natürlich dann auch das Hinbringen zu einem Quartier. Das heißt, eine sehr intensive und zeitumfassende Aufgabe, wo hier die Polizei entlastet werden muss, vor allem von Verwaltungsaufgaben, damit sich die Polizei auch mehr wieder fokussieren kann auf ihre tatsächlichen Aufgaben. Gut, das heißt, Sie gehen konform mit der Polizeigewerkschaft und auch Sie finden, die Polizei ist de facto blockiert mit administrativer Tätigkeit. Aber was haben die Polizisten jetzt konkret von ihrem Verständnis? Was wird Ihnen das bringen? Ja, ich habe volles Verständnis für mein Team, sowohl für die Polizei als auch für die Verwaltung. Wenn wir daran denken, letztes Jahr 28.000 Asylanträge, jetzt 47.000 in der Grundversorgung, das ist eine Menge. Und in den letzten fünf Monaten haben sich die Asylanträge verdreifacht. Ja, da braucht es mehr am Personal und das werde ich auch einbringen und einfordern. Gut, das haben wir jetzt schon gehört, aber wie viel wird es sein? Ich schätze hier zwischen 300 und 500 Leute, dass es hier mehr braucht. Woher werden Sie die bekommen? Das wird jetzt dann im Detail festzulegen sein und zu verhandeln sein, welche Qualifikationen brauchen wir, um hier vor allem die Polizei von Verwaltungstätigkeiten zu entlasten. Klar ist, dass wir vor allem auch mehr Personal im Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl brauchen. Denn wenn es mehr an Asylanträge gibt, braucht es auch mehr an Personal. Bei Naturkatastrophen ruft das Innenministerium relativ schnell und ganz rasch sind dann auch vom Verteidigungsministerium zur Seite gestellte Bundesheerbedienstete da. Grundwehrdiener da, die helfen. Es gibt Gespräche mit dem Verteidigungsministerium jetzt schon seit längerer Zeit über einen Assistenzeinsatz. Aber warum dauert das so lange? Woran hakt das? Es gibt ja jetzt auch schon die Unterstützung seitens des Bundesheeres, aber hier braucht es noch mehr an Unterstützung. Da gibt es noch keine endgültige Entscheidung, aber ich hoffe, dass diese endgültige Entscheidung dann auch am Dienstag im Rahmen der Taskforce getroffen wird. Also das heißt, es sollte am Dienstag eine Entscheidung über einen Assistenzeinsatz geben mit dem Verteidigungsminister? Es soll hier eine Unterstützung seitens des Bundesheeres geben. Wir brauchen das in den verschiedensten Tätigkeitsfällen. Tätigkeitsfällen heißt es eben beim Aufbau der Wohncontainer, sei es im Bereich der Versorgung, viele, viele Tätigkeitsbereiche, wo uns das Bundesheer unterstützen kann, wo das Bundesheer natürlich gerade aus dem Katastropheneinsatz über sehr viel Kompetenz verfügt. Gut, jetzt haben wir über die Entlastung, eine mögliche Entlastung der Polizei geredet. Es geht natürlich um viel mehr. Es geht auch um eine Verbesserung der Situation der Flüchtlinge. Sie waren diese Woche vorgestern gemeinsam mit dem Bundespräsidenten, dem Bundeskanzler und dem Vizekanzler in Dreiskirchen. Danach hat sich das schon gewohnte Bild gegeben. Die Spitze des Staates hat gesagt, das geht so nicht. Wir halten das für untragbar und für unmenschlich. Das hören wir seit Monaten. Trotzdem stellt sich uns allen die Frage, wer, wenn nicht Sie alle, die die Macht haben, die Befugnis haben, hier etwas zu tun, soll an diesen Zuständen etwas ändern? Ja, wer sich persönlich ein Bild vor Ort direkt in Dreiskirchen macht, der weiß, dass gerade das Zusammenstehen zwischen Bund, Länder und Gemeinden, vor allem die Erfüllung der 100-Prozent-Quote ganz, ganz wichtig sind und vor allem, dass das Durchgriffsrecht, die Hilfskompetenz ganz notwendig ist. Und gerade mit dieser Hilfskompetenz wird es möglich sein, ab 1. Oktober Dreiskirchen auch zu entlasten. Aber heute ist nicht der 1. Oktober. Es wird heute Nacht in etwa 11 bis 15 Grad haben, da habe ich mich erkundigt. Ungefähr 400 bis 500 Menschen werden diese Nacht im Freien verbringen müssen. Das ist doch unwürdig. Ja, Dreiskirchen ist das Ergebnis dessen, dass die Länder leider die 100-Prozent-Quote nicht erfüllt haben. Es sind drei Länder bis jetzt, Wien, Niederösterreich und Salzburg, die die 100-Prozent-Quote erfüllen. Es arbeiten alle mit viel Kraftanstrengung daran, Flüchtlingsquartiere zu schaffen. Aber der Andrang, der täglich kommt, ist so groß, dass die zur Verfügung gestellten Quartiere seitens der Bundesländer nicht ausreichen. Heißt das, dass Sie als Innenministerin und dass die Regierung ohnmächtig ist? Sie wissen, dass es hier ganz klare Kompetenzverteilungen gibt, aber ich glaube, das hilft uns jetzt nicht. Es geht hier um ein Zusammenstehen Bund, Länder, Gemeinden und der Zivilbevölkerung. Und gerade die Hilfskompetenz ist hier ein gutes Instrumentarium, um hier Abhilfe zu schaffen. Am Montag wurde die rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen. Gemeinsam mit den Grünen haben SPÖ und ÖVP dieses Durchgriffsrecht beschlossen, mit dem auch gegen den Willen von Ländern und Gemeinden Flüchtlinge untergebracht werden können. Haben Sie nach wenigen Tagen den Eindruck, dass Sie dieses Durchgriffsrecht ab 1. Oktober anwenden müssen oder eher nicht? Haben Sie irgendwelche Signale, dass sich was ändert? Ich glaube, die meisten Länder haben hier Verständnis, dass diese Hilfskompetenz wichtig und notwendig ist. Aber es braucht sich keiner Sorgen. Wenn die Hausaufgaben gemacht werden, werden wir diese Hilfskompetenz auch nicht nützen. Ich setze darauf, dass die Bundesländer weiterhin sich sehr, sehr anstrengen. Und ich weiß es aus vielen, vielen Gesprächen, dass hier ein Wille da ist und dass hier vor allem auch ein Kraftakt da ist. Sie haben vor kurzem in einem Interview gesagt, Sie fühlen sich im Stich gelassen. Ich gehe davon aus, Sie fühlen sich von den Bundesländern im Stich gelassen. Fühlen Sie sich auch in der Bundesregierung im Stich gelassen? Ich glaube, es ist nicht wichtig, wie es mir dabei geht, sondern entscheidend ist, ob sich die Flüchtlinge im Stich gelassen fühlen, dass wir uns um die Flüchtlinge kümmern. Und die fühlen sich wahrscheinlich im Stich gelassen. Aber ich frage nochmal Sie, ob Sie sich im Stich gelassen fühlen. Ich halte das schon aus und ich tue das, was meine Verantwortung ist, hier die Bundesländer zu unterstützen und zu schauen, dass die Flüchtlinge auch ein Dach über den Kopf bekommen. Keine Einigkeit gibt es in der Bundesregierung derzeit in der Frage, ob sie rechtlich gegen die EU-Kommission vorgehen soll. Das wäre eine Möglichkeit, eine Untätigkeitsklage einzubringen. Sie haben das angeregt. Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts sagt, er gibt dieser Klage nicht viele Chancen. Und der Bundeskanzler hat heute gesagt, er halte das für illusorisch. Halten Sie daran fest? Empfehlen Sie eine solche Klage? Schauen Sie, ich würde hier nicht von einer Illusion sprechen, sondern von einer Chance sprechen. Und ich glaube, wir sollten uns jede Chance und jede Möglichkeit, die in Richtung fairer, gerechter Verteilung in Europa geht, einfach offen halten und jede Chance nützen. Denn Österreich ist mittlerweile zum Zielland Nummer eins geworden. Aber haben Sie den Eindruck, dass die EU in dieser Frage schon politisch gescheitert ist? Oder glauben Sie daran, dass es noch eine Lösung gibt? Ja, wir hoffen natürlich auf eine Lösung. Aber was es braucht, ist hier Tempo. Und deswegen auch die Aufforderung, die wir an die Kommission stellen, hier rasch zu handeln und hier einen Vorschlag, einen Verbesserungsvorschlag auf den Tisch zu legen. Innenministerin Johanna Mikleitner hatte am Abend Termine. Wir mussten das Gespräch daher schon am Nachmittag aufzeichnen. Daher konnte ich Sie auch nicht zu einem Thema befragen, das erst weiter nach heute Abend bekannt geworden ist.